hallo in dieser woche wollen wir euch diesen hübschen kater vorstellen er lebt seit kurzem im tier an drakenburg und wurde als fundtier abgegeben jetzt wird der besitzer des katas gesucht ist kaum vorstellbar dass so ein tolles tier nicht wieder sein zu hause finden sollte wie man sieht ist er sehr verschmust und menschenbezogen und sucht auch die aufmerksamkeit der kater ist noch nicht kastriert und hat derzeit einen kleinen schnupfen der hier im tierheim noch behandelt wird falls der besitzer nicht gefunden wird wird der kater natürlich dann nach einer gewissen zeit auch vermittelt das wird sich dann aber erst zeigen und verspielt ist auch und wenn keiner nimmt ja 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 Vielen Dank.